herzlich willkommen zu einem neuen q&a video hier auf meinem kanal ich beantworte die fragen die mir immer unter die q&a videos stellt und ja fangen wir gleich mit der ersten frage an die und die geht folgendermaßen was hältst du vom sogenannten kalligrafie schnitt der kalligrafie schnitt das ist im prinzip eine besondere schnitttechnik wo man nicht mit einer schere sondern mit einem ja kalligrafen arbeit das ist so eine art messer laser ein bisschen weiterentwickelt für diese besondere technik bei diesem schnitt werden die haare in einem anderen winkel geschnitten somit soll gerade bei feinem haar ist zu mehr volumen führen und durch den anderen winkel sollen auch die haare weniger splissen da sie schärfer die kante schärfer abgeschnitten wurde erstmal so viel dazu ich finde es generell immer gut dass das friseurhandwerk sich ständig weiterentwickelt und dass es neue schnitttechniken hinzukommen das sind aber alles keine kompletten neuen schnitttechniken also der kalligrafie schnitt erinnert viele ich habe es von vielen schon gehört er hast nichts weiter als ein ganz normaler messerschnitt es sieht ähnlich aus es kommt auch aus der richtung aber natürlich entwickelt sich diese schnitttechnik immer weiter immer weiter es gab einen messer vor dem haarschnitt dann gab es akzente die mit dem razor gemacht wurden und jetzt hat sich der gründer vom kalligrafie schnitt ist auch ein friseur sich überlegt wir können es noch ein stückchen weitermachen und gehen so ein bisschen diese nennen es dann kalligrafie schnitt und gehen dann noch feiner und noch direkter auf die einzelnen haarstärken drauf ein ja soll besonders gut für feine haare geeignet sein wobei man sollte da mal ein bisschen vorsichtig sein gerade bei feinen haaren ist also was damit gemacht wird ist eine stufung ist eine stufung nicht immer ratsam es kommt ein bisschen darauf an es gibt feine haare mit volumen da wäre das glaube ich ganz von vorteil wenn man so einen kalligrafie schnitt macht und es gibt feine haare die eher dazu neigen glatt runter zu fallen da wäre ich ein bisschen vorsichtig da sieht es dann zu schnell zu abgefressen aus weil man da eher kompaktere linien haben sollte aber es kommt ganz darauf an welcher friseur das auch macht das ist das wichtigste und eigentlich was ich eigentlich sagen möchte die schnitttechnik und ja das ganze drumherum ist die eine sache aber friseurhandwerk ist ein handwerk was von menschen an menschen quasi gemacht wird also kommt es immer darauf an wie gut der jeweilige friseur mit euch und mit euren haaren interagieren kann das ist immer das wichtige und das ist essentiell in unserem handwerk aber um auf die frage zurückzukommen ja ich finde die kalligrafie schnitttechnik sehr interessant kann man mal ausprobieren es ist aber auch keine zauberkunst sozusagen und das rad wird nicht immer neu erfunden sondern nur weiterentwickelt so viel dazu die nächste frage wie kann ich die haare jetzt während der pollenperiode am besten waschen ja sehr interessantes und gerade auch sehr aktuelles thema ich selber leide auch an heuschnupfen und frühblühern und alle bäume die hier vorm laden irgendwie stehen dagegen bin ich scheinbar allergisch deshalb müssen wir den ganzen tag immer mit geschlossenem fenster arbeiten nur so am rande mal friseure sagen ja immer und ich sage es auch man soll die haare nicht täglich waschen nun kommen wir aber während der frühblühern polenperiode zu so einer phase wo sehr viel von diesem pollenstaub und diesem staub quasi in der luft rum ist und sich natürlich wenn man viel draußen ist fahrrad fährt oder so in den haaren sammelt und das von allergologen nicht empfohlen wird dass das drin bleibt sondern es wird von den ärzten auch empfohlen dass man die haare täglich wäscht wie kann man das am schönsten machen da gibt es einen kleinen tipp und zwar gibt es solche shampoo flaschen dies online ich verlinke das mal unten in der beschreibung und blende euch auch mal so ein foto davon ein shampoo flaschen gibt es darin wird das shampoo was ihr nehmt 10 milliliter zum beispiel füllt ihr einfach unten rein füllt den rest bis auf 50 oder 60 milliliter mit wasser auf einmal kräftig durchschütteln und dann auf die kopfhaut schrittweise auftragen dadurch wird das shampoo gleich schon mal verdünnt und durch dieses dünnere shampoo kommt viel viel schneller an die kopfhaut ran und das verdünnen hat auch noch zur folge dass natürlich das shampoo weniger konzentriert ist also das ist quasi schon da als wenn ihr jetzt jeden tag mit normalem shampoo euch die haare wascht einfach mit shampoo flaschen das shampoo verdünnen und dann könnt ihr während der allergieperiode auch jeden tag eure haare waschen das ist so den tipp den ich euch empfehlen würde ja die nächste frage kommt auch wieder aus dem thema und zwar kann man die haare überpflegen und so spliss und fettende haare hervorrufen muss ich gleich mal ein schluck dafür nehmen jein also man kann die haare überpflegen aber man kann nicht alles hervorrufen zum ersten mal wenn man die haare zu häufig wäscht kann man das auch provozieren dass die haare zu schnell nachfetten weil einfach die haare dadurch immer weiter austrocknen und die kopfhaut oder beziehungsweise die haarwurzel dann die informationen bekommt dass wir wieder mehr feuchtigkeit körpereigene feuchtigkeit produzieren müssen und das ist das was schon am nächsten tag gleich wieder oder nach schon ein paar stunden bei einigen kandidaten gleich wieder eine fettige kopfhaut verleiht also fettige haare können durch zum häufiges haare waschen wirklich entstehen aber das ist ein prozess der über viele jahre hinweg dauert am besten so wenig die haare wie möglich waschen zwei dreimal pro woche ist meine empfehlung kann man spliss durch zu überpflegen der haare hervorrufen ich würde es nicht überpflegen nennen spliss kann halt hervorgerufen werden wenn die haarspitzen zu sehr ausfransen und zu sehr strapaziert sind es kann zum einen durch zu oder unsachgemäßes bürsten wie es immer gerne nenne hervorgerufen werden wenn ihr einfach durch die haare so durchgeht und die haare quasi bei einem bürsten mit rausreißt ja dann führt das irgendwann auch zu spliss ist das haarpflege ich weiß es nicht so richtig wascht die haare am besten nicht allzu häufig weniger ist immer mehr außer ihr seid allergiker wie ich gerade schon gesagt habe und seid ein bisschen vorsichtiger bei der haarpflege und was auch noch ganz wichtig ist weniger ist mehr es ist so ein bisschen wie mit pflanzen bei mir sterben pflanzen meistens immer dadurch ab dass ich sie zu viel gieße und nicht dass ich zu wenig gieße ja oder zu viel schneide oder dass man einfach zu viel macht weniger ist mehr bei der haarpflege lieber ein bisschen weniger haarpflege und dafür dann mal intensiver zum beispiel wie eine haarkur das bringt gar nichts wenn ihr es täglich macht oder wenn ihr das einmal die woche macht ich würde euch empfehlen es einmal im monat zu machen dafür dann aber die haarkur so eine halbe stunde drauf lassen und dann erst die haare zu waschen also haare nass machen haarkur auf halbe stunde irgendwie ja chillen fernserie gucken oder sowas und dann einfach duschen und die haare und die haare dann waschen das ist viel effektiver als wenn ihr haare wascht conditioner auf macht kurz noch mal eine kur auf macht lieber mal weniger und intensiver dafür und weniger ist mehr dann entstehen noch keine schäden durch überpflegen die nächste frage ist ein hair glossing sinnvoll oder überflüssig für die die es noch nicht durchgedrungen ist der neueste trend bei friseuren und generell in der beauty industrie sind so genannte hair glossing die sollen die haare noch mal die haarstruktur noch mal pflegen gerade auch bei gefärbten haaren und vor ungewollten reflexen im haar zum beispiel goldreflex jetzt im sommer wenn die sonne zu viel drauf knallt schützen ist das sinnvoll oder überflüssig kommt auf seine situation drauf an die produkte mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe im bereich des hair glossings finde ich nicht überflüssig finde ich eine gute addition gerade auch bei gefärbten haaren oder bei haaren die von der struktur nicht mehr so schön sind kann man da schnell mal nach dem haare oder während des haare waschens es hinbekommen dass die haare schön glatt und glänzend aussehen und dauerhaft schützt es auch so ein bisschen die farbe daher würde ich nicht sagen dass es überflüssig ist wenn ihr gefärbte haare habt wenn ihr nicht gefärbte haare habt gibt es oder turbelassene haare habt oder händer gefärbte haare habt würde ich auf solche produkte verzichten weil sie dann nicht wirklich sinn ergeben da gibt es dann andere produkte die da besser sind andere haarkuren oder leaf in condition oder sowas in der art aber für gefärbte haare finde ich hairglossings eine wunderbare sache gerade auch bei heller gefärbten haaren da kann man mit dem hairglossing ein bisschen vorbeugen ein bisschen vorbeugen das schützt nicht vor 14 tage urlaub auf kreta im august voll in der sonne oder so ja aber zur sommerpflege kommt demnächst noch ein wunderschönes video von mir also einfach mal den kanal abonnieren oder und ein like unter dem video lassen danke kommen wir mal zur nächsten frage kann man seine haare durch henna griffiger machen wer schon ein paar videos von mir gesehen hat der kennt die antwort vielleicht schon ich habe in dem video für feine haare was ich euch ich weiß immer nicht ich glaube ich verlinke es euch hier oben auch gesagt dass man mit henna haarfarbe und auch mit henna haarkur die haare feine haare griffiger bekommt also um auf die frage zu antworten ja mit henna oder pflanzen haarfarbe kann man die haare griffiger machen weil die sogenannte gerbsäure und andere pflegestoffe die haare kräftigen und so durchspürbar auch kräftiger machen und ich habe kunden die ich alle drei wochen zum beispiel mit pflanzen haarfarbe färbe und die haare fühlen sich gepflegter an und auch griffiger brauchen quasi kaum noch eine haarkur weil das schon die beste pflege für die haare ist wenn ihr die haare mit henna färbt ist es eine wunderbare pflege noch zusätzlich und ihr habt eine schöne farbe wenn ihr die haare nicht färben wollt weil ihr mit eurer naturfarbe zufrieden seid oder weil ihr ein bisschen angst habt was dabei herauskommt könnt ihr auch henna kaufen was farbneutral ist und das einfach als kur benutzen das ist so eine schöne manchmal grüne oder auf jeden fall komisch aussehende nach heu riechende masse die wird dann auf die kopfhaut aufgetragen und die könnt ihr dann so eine halbe stunde würde ich sagen mindestens drauf lassen wenn nicht sogar noch ein bisschen länger ja man kann die haare griffiger machen wenn ihr feine haare habt mit heller haarkur oder farbe wie auch immer sie dann nennt und die nächste frage kannst du vielleicht ein shampoo empfehlen ohne silikone ohne sulfate und ohne coco glukoside ich glaube ich im letzten q&a schon mal auf die fragen geantwortet es gibt mittlerweile ganz ganz viele seiten und ganz viele berichte darüber dass der stoff coco glukoside was sehr oft als alternativer wascht als alternatives wasch densit in naturkosmetik shampoos verwendet wird das soll zu haarausfall führen allerdings gibt es dafür keine wissenschaftliche beweise und ich verrasche meine haare seit vielen jahren mit naturkosmetik shampoos und verkauft auch welche und befassen mich mit dem thema schon sehr viele jahre hinweg gibt da keine anhaltspunkte außer ihr seid auf den stoff coco glukosid wirklich stark allergisch und auch dann habt ihr vorher gereizte kopfhaut bevor sich das bemerkbar macht bevor haarausfall kommt haarausfall ist wirklich die letzte und die schlimmste aller phasen vorher juckt es schon und fühlt sich blöd an auf der kopfhaut da braucht ihr eigentlich keine angst zu haben silikone und sulfate gibt es mittlerweile viele shampoos wo das nicht drin ist es gibt allerdings kein shampoo und ich habe ein bisschen nachgeforscht oder mir ist auf jeden fall beziehungsweise mir ist ich habe keins gefunden ihr könnt mir gerne mal in die kommentare schreiben wenn ihr eins kennt aber ich habe kein shampoo gefunden das keine silikone keine sulfate und keine coco glukoside coco glukoside als alternative enthält also nein mir ist keins bekannt und ich kann deshalb leider auch keins empfehlen ich kann aber viele naturkosmetik shampoos mit coco glukoside als waschtensit empfehlen und ich kann keinster weise irgendwie bestätigen dass das haarausfall führt eher im gegenteil das war es an der stelle von meiner seite aus noch nicht ganz ich würde euch nämlich noch um etwas bitten es gibt von friseurunternehmern eine initiative die eine online petition online gestellt hatte ich wo ihr unterschreiben könnt diese damit diese petition in den bundestag geht und der sinn dieser petition ist dass der mehrwertsteuersatz der bei friseur dienstleistungen wie zum beispiel einem haarschnitt bei 19 prozent liegt auf sieben prozent gesunken wird wenn euch das interessiert schaut gerne mal auf dieser seite vor schreibt gerne auf der seite vorbei und unterschreibt gerne die petition für einen verringerten mehrwertsteuersatz beim friseur damit das geld dann auch bei den leuten bleibt die diese leistung dann auch erwirtschaften und für alle anderen bezahlbar bleibt vielen dank für eure aufmerksamkeit an dieser stelle dann sehen wir uns beim nächsten video und genießt das schöne wetter draußen tschüss